In diesem Video zeige ich euch den besten Öl-Spot für Anfänger. Der ist nicht so groß, aber dafür sind die Gegner nicht so stark. Viel Spaß beim Video. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem kleinen Öl-Spot. Ich bin zu spät, weil ich das Video anklicken musste. Naja, okay. Also dieser Spot ist sehr geeignet, gerade für Anfänger. Deshalb werdet ihr natürlich auch viele andere Spieler hier sehen. Das muss euch klar sein, aber die Gegner sind hier nur Stufe 20. Das ist schon mal top natürlich. Und es gibt hier nicht viele Gegner. Der einzige Gegner, der hier wirklich eventuell euch zu nahe kommen könnte, an diesem Öl-Spot, wäre ein Skelett, was genau hier vorne ist. Da, jetzt ist es gerade gespottet. Das ist ein Zufall. Das dürfte das einzige sein, was euch irgendwie gefährlich wird. Wenn ihr hier hinten steht oder noch besser, da oben drauf steht, dann können die Gegner euch überhaupt nicht erreichen. Ihr braucht keine Angst haben. Stellt einfach zur Sicherheit natürlich noch ein Zelt in die Nähe. So könnt ihr immer respawn am Zelt. Könnt ihr einfach mit dem RZ machen. Und der hat das Ding geritzt, meine Freunde. Wir sind aber Krone des Lichts. Das ist zwischen Entermesserriff und erstes Licht. Wenn ihr bei Entermesserriff rauskommt, einfach der südlichen Straße folgen und ihr kommt genau hier an. Erstes Licht müsst ihr den Weg nach Norden folgen und dann hier halt beim Charlottenburg links abbiegen und hier oben nochmal links abbiegen und dann seid ihr da. Also wir sind genau an dieser Krone des Lichts. Das ist ein richtig geiler Spot für Öl. Vier Felder. Ihr müsst halt nur die Uhrzeit abwarten, weil natürlich viele Spieler unterwegs sind. Es gibt nochmal einen großen Guide für Öl im Webermoor. Also seid gespannt. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.